Es ist alles im Detail zu erklären, deswegen kann ich dir alles zu dem Mikrofon sagen und selber keinen Trieb vorzuführen. Da musst du dann noch mal ein paar andere Leute fragen, die auch rumlaufen, da gibt es einige hier auf jeden Fall. Aber fast den Herren davor noch mal weiß, da kann ich noch ein bisschen mehr zum Zug sagen. So, dann gucken wir mal. Das ist die Eiltafel, ich glaube die zweite, die wir haben. Wir wollen direkt, auch hier, die soll neben Fenster quasi sein. Sollte man das Havel noch sehen? Ne, also es sollte quasi neben dem Fenster sein, dann ist es genau. Oh, war ja, aber nicht so schlimm. Das war nicht so wild.